Natürlich mein Restaurant. Ich bin ja hier aufgewachsen, also mein Vater hat es ja eröffnet. Ich habe hier geschlafen, also in der Küche und dann im Wildparkstadion, weil ich habe in der Jugend beim KSC gespielt und waren fast jedes Spieltag da draußen. Wenn Karlsruhe ein Gericht wäre, auf jeden Fall wäre es sehr akkurat, würde ich sagen. Weil Karlsruhe ist ordentlich, wenn man jetzt andere Städte sieht, akkurates Gerichten. Ich würde sagen, ein perfektes Zwiebelrostbraten mit gesottenen Zwiebeln und ein bisschen Spätzle. Meine Philosophie ist, das Produkt muss erstmal ein Gutes sein und dann muss es in Geltung kommen. Also wir vermischen nicht viel Aromen, die ganzen Gewürze, machen hier nicht so viel rein. Das Produkt ist das da. Ja, da gibt es ein Beispiel, Carbonara haben wir auf der Karte, ohne Sahne, also so wie es in Italien gemacht wird. Und manche Gäste haben es ja verlangt mit Sahne. Bin dann rausgegangen, aber ganz höflich, habe es erklärt, dass er, wenn er Lust hat, das probiert ohne Sahne. Wenn es ihm nicht schmeckt, dann geht es aufs Haus. Im Endeffekt hat bis jetzt jeder bezahlt, also dem Team Melzer. Ich würde gerne bei Kitchen Impossible mitmachen. Schaue ich gerne. Team Wein. Ich habe, glaube ich, vor vier, fünf Jahren angefangen, Wein richtig kennenzulernen. Wir haben mittlerweile 170 Positionen hier. Lieblingsbein, wenn ich auswählen könnte, Barbaresco. Nein, nein. Also wir hatten auch Pizza hier früher auf der Karte noch, bis Anfang Januar, aber wir hatten nie Pizza Hawaii, heißt die. Ich glaube, auch wenn Gäste das haben wollen würden, weiß nicht, ob wir es machen würden. Also wir würden nicht partout Nein sagen, aber wir würden sagen, wir haben keine Ananas im Haus.